Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zocken wir mal ne Runde Fructinator. Wie ihr seht, wir haben schon über 900 Euro. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen vermehren können. Let's go! Komm schon, da geht doch noch was, oder? Jawoll! Da geht immer noch was. 64, stopp. Jawoll! Bam! Da ist er doch direkt wieder. Let's go! Nummer 1. Gucken wir oft was heute schaffen. Nice! Müssen wir die 1000 geknackt haben. Jawoll! Weiter geht's. Müssen wir uns. Müssen wir uns. Licks. Komm schauen, hau noch was raus jetzt. Ah, hätte noch eine Zitrone gefehlt. Ja, da ist er. Ah, da steckt noch was drin, er will noch was geben. Das ist bisschen blöd, die 900 schon erspielt, ohne Kamera, aber jetzt, jetzt seid ihr dabei. Nice, über 1100 Euro. Jawohl. Okay, warum hat er die jetzt angenommen? Ah, was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe nämlich nicht auf annehmen gedrückt. Na gut, ich schneide euch das raus, geht gleich weiter. So, weiter geht's. Let's go. Ach, hatte ich aber auch noch nie. Bei 84er nimmt es einfach an und geht in die Pause. Okay, will er nicht. Probier mal. Dann geht's. Ich werde jetzt nicht mehr annehmen. Okay, wo ist das? Das ist ein Scheiß? 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 Jawohl, nur 20 Scheiße, ich dachte das wäre mehr. Jawohl, da ist er, Nummer 3. Schön. Ist es doch gelohnt für den 3 Glöckchen. Über 1200 Euro, weiter geht's. Das ist doch gelohnt für den 3 Glöckchen. Ja, kriegen wir nochmal 18er. Ne. Schmeißen wir mal ein paar 7er hier. Ja, nimm auch mit. Ah, immerhin. Nochmal. Nei. Er will nicht mehr hoch, oder was? Uh, jetzt nochmal. Oh, 4er. Jawohl, die Nummer 4. Ja. 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 Ah, da sind wir sogar bei knapp 1.300 Euro. Oh, jawoll! Büpp, nochmal 48. Komm, die kriegen wir nochmal hoch, oder? Komm schon. Ah, shit. 1.300, okay. 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 Jawohl. 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 Ich dachte, das wäre mehr. Okay, das ist gut. die warum schon ist ja gar nichts mehr 3 7 40 doch nicht so viel wie es aussieht irgendwie aber nochmal die 140 die nehmen wir natürlich auch gerne mit mal wieder fast die 1300 die sind auch 40 die 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 Komm, einmal geht noch. Komm, einmal geht noch. Komm, einmal geht noch. Jawohl, nochmal 3 7er. Komm, die verwandeln wir jetzt nochmal. So kurz davor. So. 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 Oh, da kommt ja gar nichts mehr. Oh, yes, baby. Baby, Alter, was ist das denn? Bam, 200 Euro. Let's go. Das ist doch mal ein fettes Abschlussbild, Alter. Richtig, richtig geil, Alter. Bam. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.